Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5. Wir sind jetzt gerade dabei, einen Laden zu überfallen. Ja, dann mal los. Okay, jetzt wollen wir erstmal das Geld raus. 32 Euro nur, jetzt nicht verarschen. Okay, wieder raus, wieder raus, wieder raus, wieder raus. Komm, welche Zeit? Tricks Geld. Ja, 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 komm schon, komm schon. Das war auch ein bisschen verarsche. Schreibt in die Kommentare, was wir noch so für Challenges machen können. Das war jetzt nur mal eine kurze Challenge. Und bis zum nächsten Mal.